Hallo! Hast du schon einmal darüber nachgedacht, wie der Mensch die Umwelt nutzt? Das kann nämlich auf vielfältigste Weise geschehen. Der Mensch betreibt Ackerbau und Nutztierhaltung und fördert fossile Brennstoffe zur Energiegewinnung. Aber das bringt auch Probleme mit sich. Zu Urzeiten nutzte der Mensch die Umwelt lediglich, indem er Tiere jagte oder einfachen Ackerbaubetrieb. Zunächst hatte dies aber kaum Folgen für die Umwelt. Da es nur wenige Menschen gab, die die Umwelt nutzten, blieb diese in ihrem komplexen Gleichgewicht. Später nutzte der Mensch die Umwelt auch zur Energieerzeugung, beispielsweise um sich zu wärmen. Die Energie gewann er anfänglich. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com Und du kannst wenn wir, die- choosing die Source